So, Donato. Alle Politiker haben momentan den Zögeln drauf. Bildung ist der Schlüssel, dass alle zufrieden sind. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wo bilden sich eigentlich Politiker weiter? Ein Bildung ist auch eine Bildung. Ich glaube, hier wäre eine Bildungsveranstaltung für alle Politiker, die hoffentlich die Fenster aufhaben. Wir setzen aber voraus, dass sie gebildet sind. Ja, Einbildung ist nämlich auch eine Bildung, meine Politiker. Hier, Wetterwelle. Ich habe geträumt, dass die Erde mich nicht mehr dreht. Scheiße, so was ist dabei. Die Last wurde ihr zu schwer. Ich habe geträumt, dass die Erde... ...einfach untergehen. Die schockte Menschen blieben hilflos stehen. Warte nicht, weiter zu gehen. Ich bin in Tränen fast betrunken. Mit Schnapsausch gewacht. Dann hat es klick gemacht. Es ist nie zu spät, aufzustehen. Es ist nie zu spät, loszugehen. Es ist nie zu spät, ihn zu sehen. Es ist nie zu spät, umzudrehen. Umzudrehen. Es ist nie zu spät, umzudrehen. Es ist nie zu spät, umzudrehen. Es ist nie zu spät, umzudrehen. Ganz ungeniert, gefügige Menschen beliebig eingesetzt, rund um die Uhr gehetzt. Ein permanenter Angriff auf die menschliche Natur, das ist Kapitalismus pur. Es ist nie zu spät, aufzustehen. Es ist nie zu spät, los zu gehen. Es ist nie zu spät, Sinn zu sehen. Es ist nie zu spät, um zu drehen, um zu drehen. Oh, der Hoffnung ist. Bilder der Hoffnung ziehen ganz schnell am Horizont vorbei. Vertraute Wege neu entdeckt. Verrückte Gedanken öffnen Türen, reißen Zukunftsanschen frei. Die Zeichen der Zeit sind nicht mehr zu übersehen. So wird es nicht weitergehen. Die Zukunft menschlich zu gestalten, ist jetzt an der Zeit. Sonst wird der Traum, vielleicht Wirklichkeit. Es ist nie zu spät, aufzustehen. Es ist nie zu spät, los zu gehen. Es ist nie zu spät, hinzusehen. Es ist nie zu spät, um zu drehen, um zu drehen. Ich hab' geträumt, dass die Erde sich nicht mehr dreht. Die Last wurde ihr zu schwer. Ich hab' geträumt, dass die Erde einfach untergeht. Es ist nie zu spät, um zu drehen. Es ist nie zu spät, um zu drehen. Es ist nie zu spät, hinzusehen. Es ist nie zu spät, um zu drehen, um zu drehen. Sehr gut! Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dem Backgroundsänger in der Mitte. Super, eine tolle Stimme. Der ist super praktisch, der ist super praktisch. Liegt da im Chor!